Wir haben diese Woche ein Drama, das die Herzen der Fans erschütterte. Verteidiger Maximilian Wöber, der derzeit von Leeds United an Gladbach ausgeliehen ist, erlebte beim EM-Debüt Österreichs gegen das übermächtige Frankreich eine tragische Nacht. Das Spiel, das am Montag, 17. Juni 2024, in der Düsseldorfer Mercur-Spiel-Arena ausgetragen wurde, endete mit einer schmerzhaften 0-1-Niederlage, wobei Wöber zu einer zentralen Figur dieser Frustration wurde. Der schicksalhafte Moment ereignete sich in der 38. Minute der ersten Halbzeit. Der französische Megastar Kylian Mbappé flankte einen gefährlichen Ball in den österreichischen Strafraum. Leider köpfte Wöber den Ball bei dem Versuch, den Ball abzuwehren, gegen das eigene Tor und erzielte den einzigen Treffer des Abends, auf der falschen Seite. Von diesem Moment an kämpfte Österreich tapfer um den Ausgleich, schaffte es aber nicht, den Anschlusstreffer für die Franzosen zu finden. Nach dem Fehler blieb Wöber bis zur 59. Minute auf dem Feld, dann wurde er ausgewechselt. Der Verteidiger hatte bereits in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte erhalten und trotz aller Bemühungen war ihm die Frustration ins Gesicht geschrieben. Teamkollegen und Trainer versuchten ihn nach dem Schlusspfiff zu trösten, doch die Niedergeschlagenheit war deutlich zu erkennen. Trotz des Rückschlags gab es für Wöber keinerlei Kritik seitens seiner Mannschaft oder seines Trainers. Niemand, niemand gibt Maxi die Schuld. Es war eine sehr unglückliche Situation, sagte Rangnick und merkte an, dass es einfach Pech gewesen sei, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Für Wöber war es ein kleiner Trost, zu wissen, dass er mit seinem Unglück nicht allein war. Auch der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger erzielte beim EM-Auftakt ein Eigentor mit einem Kopfball, doch seine Mannschaft gewann mit 5 zu 1 gegen Schottland. Da sein Leihvertrag bei Leeds United am 30. Juni ausläuft, ist Wöbers Zukunft bei Borussia Mönchengladbach noch ungewiss. Berichten zufolge möchte der österreichische Verteidiger nicht nach Leeds zurückkehren, das derzeit in der zweiten englischen Liga spielt. Allerdings ist Wöbers Verbleib in Gladbach aufgrund der hohen finanziellen Ansprüche von Leeds ein zweistelliger Millionenbetrag, den sich Borussia derzeit nicht leisten kann, ungewiss. Wöbers Frust über das EM-Debüt war ein schwerer Schlag. Glauben Sie, dass er noch einmal die Chance bekommen sollte, seinen Wert im Wettbewerb unter Beweis zu stellen?